hey leute und willkommen zu einer neuen runde minecraft badwars mit mir und dem torben äh ne das war falsch mit mir und dem severanov hallo severanov hahaha lustig ne so das coole ist rotes ein bett ja ja das ist physikalisch richtig aber in wirklichkeit ist das ein baum so okay da haben wir mal ein bisschen torbenkleid auf das ist nämlich ein baum ja am besten am bauschal also beim westen du springst runter nein macht das was übrig bleibt das ist eine aufnahme in der ich richtig wenig rede ist aber auf jeden fall ziemlich cool feiere ich auch ein bisschen so ja es hat auch gut funktioniert genau so war das geplant nicht anders so we have to bed ja tschüss na mach's gut er schreibt einfach noch so ich hab mir weh getan so guck mal wir wollen nämlich die übelste treppe 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 ist stark oder ich habe genau richtig angefangen damit habe ich irgendwie das gefühl so das ist perfekt das ist ein traum das ist ja das ist ja jeder der also die lehre zu sein soll so waren auf einmal bitte blöcke hier ist nämlich alle kummer von grünen den prügel jetzt erstmal mit der hand ein bisschen tot du darfst mir gerne helfen wenn du den willst so waren auf blöcke 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 in die mitte komm hier brauche hoch danke sehr gut sehr gut sehr gut so muss das das ist doch nicht dein ernst so war noch willst du mich verarschen das bett wollte ich doch kaputt machen du kannst echt gar nichts ja dann passen wir bitte auf unsere base auf einer irgendeiner irgendeiner from this world muss ich weiß auch nicht warum ich ein bisschen rülpsen muss das tut mir ach so ich nehme mir auf shit also voran auf und ich war nämlich gerade in so einer kleinen talk talk atmosphäre und da darf man sowas ja what do you what do you want for me i should not know if i should try this so wir haben den den haben wir guck mal er baut das bett immer er baut das bett wieder ab das ist praktisch das war auf jeden fall knapp aber sie haben einen troller auf jeden fall das ist ein bisschen traurig finde ich weil dann wird bloke ein problem sein die einbauen das bett schön ein und er baut es einfach wieder ab so ein richtiger hurensohn ihr seid alle in einer aufnahme freut euch oh komm mal hier ist ein blauer hi oh der kommt blauer übrigens severanov der kommt zu unserer base so ein bisschen ist ein bisschen traurig finde ich aber kriegt er schon hin ne gott ab lp jay werbung tobi stolz auf mich ich wette ich hab die werbung schön vollendet außerdem habe ich jetzt äh blau abgelenkt und kann deren bett zerstören zum bahn oh mama nein bitte nicht nein nein bitte 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 nicht es tut mir so leid ich werde es nie wieder tun nein 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 was ich muss mal unser bett ein bisschen besser einbauen hier zack 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 ja ich der will mich bannen weil ich werbung gemacht habe tobi wird stolz auf mich sein hä alter baut doch nicht bitte mein bett ab das habe ich schön gebaut hier guck mal wenn er macht man das so so und so jetzt kommt man von der seite da hoch so war noch für lecks bei mir manchmal so ein bisschen die ist an mir oder an die ich weiß es gar nicht ne deine verbindung hoch na gut ne ja deine verbindung ist ein bisschen scheiße gerade das sehe ich schon so könnte ich mir mal hier eine pickaxe und paar blocks 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 so wir müssen halt ein bisschen aufpassen dass sie nicht von oben an unser bett gehen oder allgemein an unser bett gehen wir unser bett ist echt richtig schwach gesichert aber deren ist ja auch richtig schwach gesichert also das wird schon mal gucken mal gucken wie das wird ja ja juckt mich nicht ob du mich box juckt mich nicht so juckt mich überhaupt nicht ob du mich box oder nicht das ist mir alles gleich ach ne ja alter warum waren die bogen her ok man da ist einer um die ecken gehören ach mein gott im himmel danke für die helme will ich mir die mein nein danke klingel danke klingel danke klingel für 99.999 helme oh severanov ist on fire alter Achtung Achtung die sind bei unserer base die sind bei unserer base die kommen Leute oh sehr schön der mit dem bogen ist da und sehr gut hä wie wer hat das bett kaputt gemacht hat er das bett kaputt gemacht ähm ne du hast das bett kaputt gemacht ja ihr habt mich beide verwirrt mit euren x aber ihr habt beide vier xs im namen so boah ich gebe ihm die hand kombo und severanov hat auch noch mit drauf gekloppt starke leistung severanov wir kriegen den guck mal ich ziehe mir den dicken helm des totes an bam 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 oh diesmal habe ich ihm keine hand kombo gegeben macht mich persönlich auch ein bisschen traurig oh severanov hat ihn nicht sondern der klingel 99 der alte schlawiner hatte ich einfach den kill gesnackt ne richtig ärgerlich du mit deiner hand hättest ihn locker verdient hättest ihn noch oh jetzt ist er runtergefallen der hat nicht mehr viel nein ich bin daran gestorben an fallschaden ja sowas aber noch nicht so syrx ist auch gestorben das heißt nur noch einer lebt und das ist der der da so ein bisschen so wie er rumsteht ne wie ein bisschen sneaky da um die ecke quasi direkt hier aber er boxt mich er hat mich getötet er hat mich getötet ich hoffe wir sehen uns dann achso Moment wenn es euch gefallen hat lasst eine positive bewertung da und ja wenn ihr nichts mehr verpassen wollt abonniert uns gerne und dann sehen wir uns beim nächsten mal wieder haut da rein und ciao auf